Und das ist das selige Mittagsschlaf von unseren Katzenbabys. Mittags 2 Uhr und dann liegen die zwei und schlafen. Und dann liegen die zwei und schlafen. Das sind jetzt Tante Rapunzel und Neffe Balou. Rapunzel wollte eigentlich Mittagsschläfchen machen, aber Balou hat was dagegen. Na, jetzt doch nicht. Dann wird er wohl mit schlafen wollen. Okay. Okay. Und so sieht bei uns die Morgenwäsche aus. Oder die Katzendusche. Man muss immer bedenken, das ist nicht die Mama, das ist die Tante. Aber die Mama sitzt direkt daneben und guckt sich die ganze Sache ganz gespannt. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020